hallo minecraft willkommen zur vierundzwanzigsten folge glaube ich von minecraft sky factory wir haben letztes mal hier das ganze fassvoll durchlaufen lassen und wir haben haufen das bekommen den das müssen natürlich irgendwie jetzt automatisch umwandeln können deshalb werde ich jetzt mal warum krieg ich das immer ins inventor ich immer zeug ins inventor außerdem habe ich hier mal noch ein lever angebracht um hier einfach mal ein bisschen das fass füllen zu können ich bin mir nicht sicher wo ich sonst anbringen könnte aber wir werden uns jetzt mal darum kümmern dass unten noch ein bisschen ausgebaut wird ich glaube die höhe reicht eigentlich und sollten erst mal ganz runter geht sonst bauen wir hier jetzt zeug und dann ich weiß immer noch nicht wo die wie die immer entstehen ich weiß gar nicht wie weit ich eigentlich noch gehen muss das sind zwei sind vier sind fünf ich glaube das war es schon das war es schon gut dann gehen wir ich glaube mal auf der seite hoch damit wir hier mal noch die wand nach oben ziehen wir müssen dann auf der seite mal ich hoffe mal das reicht okay da geht nichts mehr dann kann ich dir jetzt nicht hoch da fallen Sachen runter ach nein die stacken da raus mal wieder einer vergessen hier abzuschalten wir haben noch ein bisschen warte mal war das jetzt schon abschlüssig da haben wir einen abschluss das passt da haben wir ja letztes mal zum glück alles ein bisschen vorbereitet dann gehen wir warte die da drüben können wir weg machen jetzt lass ich mir mal gucken gehen noch zwei raus drei dann kommt hier auch so einer hin und hier auch normalen cobblestone haben wir noch so ich hoffe mal ich baue das jetzt richtig dass wir so direkt oben dann ankommen ich möchte ja die struktur von oben hier unten fortführen so müssen gleich noch ein paar Fackeln setzen jetzt sieben und sieben mal da ist sogar rot gut hätten wir hätten wir geschafft hier auch drei noch vor der hier weg so jetzt setzen wir schon mal die Fackel dann haben wir das nämlich und da schon mal nichts mehr passieren und da schon mal nichts mehr passieren vielleicht irgendwann mal abbauen wenn nicht ist auch nicht schlimm so jetzt guck ich mal da geht sogar übers Eck kommen wir da jetzt hoch bis zur monsterfalle das ist die frage wir lassen das mal so und jetzt decken wir uns hier hoch geht alles wunderbar nein jetzt ist die bilderswand kaputt geht und das habe ich gar nicht gedacht dass der bilderswand kaputt geht dann müssen wir uns wohl einen neuen kraften cool ist dass der bilderswand hier nichts kostet außer einen diamanten den kannst du schnell neu bauen wir nehmen gleich nochmal das cobblestone mit und noch eins runter jetzt müssen wir hier wieder irgendwie runter kommen ohne dabei zu sterben mühselig aber es funktioniert ich glaube jetzt können wir springen es funktioniert einfach supi so es geht Warte mal, wir können das ja abschließen. Oh, und der Bild ist schon wieder fast kaputt. Wahrscheinlich wird in jeden der Türme ein Aufzug reinkommen, oder der Pfeiler in den Ecken. Dann sind wir immer nicht so an eine Stelle gebunden. Wir können da, wo wir wollen, hoch oder runter. Sehr gut. Viel ist das nicht mehr, was wir hier drin haben. Dann müssen wir noch schnell mal chisseln. Natürlich müssen wir auch noch mal so Lampen bauen. Oder habe ich dafür noch welche? Ich glaube nicht. Fast den falschen Ausgang genommen. Da wäre es tödlich gewesen. Eine. Eine von diesen Lampen haben wir noch. Eine neue Bildeswand brauchen wir. Müssen wir uns noch mal einkraften. Und dann machen wir mal weiter. Das kriegen wir nämlich heute noch locker fertig. Was wir natürlich auch noch machen müssen, ist hier unten dann das umchisseln. Na, guck mal, da drüben ging es gar nicht weiter. Ja, fliegen wollten wir eigentlich auch. Das könnten wir vielleicht nachher noch probieren, dass wir ein Leadstone-Jetpack hinkriegen. Warum ist da nichts weitergegangen? Nein, jetzt decken wir mal wieder. Das ist immer doof. Das war ein bisschen closed. Okay, dann müssen wir uns kurz mal darüber bauen. Dann müssen wir hier hoch gehen. Das sind wir genau an der Ecke. Ah, doch, warte, das geht. Ich mache mal noch schnell ein paar Fackeln. Weil da unten ist noch einiges rot. So, von denen brauchen wir doch noch ein paar. Hier auch. Ach, durch das Wasser. Durch das Wasser sind die Fackeln weggeschwemmt worden. Zum Glück nicht unser Redalloy-Konstrukt. 1, 2, 3, oder? 1, 2, 3. Das ist natürlich ein riesen Raum, den wir hier unten haben. Moment, hier fehlt noch eine Reihe. Da oben kommen noch mal so Lampen rein. Jetzt dachte ich schon, ich hätte keine mehr. Was ja gar nicht sein konnte, weil ich einfach viel, äh, genügend, genügend mitgenommen habe. So, da hinten müssen wir jetzt noch mal meine Fackeln setzen. Nein! Ey, kaum bist du hier unten, kommt schon ein so ein doofes Vieh. Ah, da geht immer das Adrenalin nach oben, das gibt es gar nicht. Rieches Herzklopfen. So, alles ausgeleuchtet. So, ähm, das kann man wieder wegmachen, das auch. Ne, warte, dafür brauchen wir noch ein paar. Ja, an der einen Stelle haben wir ja nichts, ähm, wir sind ja noch nicht fertig hinten. Aber, von hier sieht schon mal gut aus. Da ist auch alles da. Ja, aber da unten gab es die Lücke. Achso, ja, das Jetpack kriegt man jetzt diese Folge nicht mehr hin. Aber wenn wir das haben, dann können wir hier die Monsterfalle auch umbauen. Das ist auf jeden Fall unsere Aufgabe für die nächste Folge. Fliegen. So. Also, wir haben hier... Da oben steht auch noch ein Creeper. Wie kommt denn das? Achso. Guck mal runter da. Hallo. Ich wette mit dir, wenn ich mich jetzt da hochbaue, dann springt er runter. Jawohl. War ja klar. Achso, der Blockschaden ist aus. Habe ich gar nicht gerade dran gedacht. Ich dachte, der macht ja jetzt irgendwas kaputt. So, das war es von der Folge. Wir haben unsere Base jetzt mal fertig gebaut von unten. Das war sehr gut und auch mal wichtig. Warum ist hier jetzt auch ein Creeper? Wo kommen die Creeper denn jetzt her? Was soll denn das? Hier ist gelb. Da passt gerade alles. Es gab eigentlich bloß die eine gelbe Möglichkeit, wo er was spawnen konnte. Okay. Haben wir gesorgt. Mal sollen die XP-Bern sammeln. Wir wollen ja uns noch ein bisschen was verzaubern später. So, das war es aber jetzt von der heutigen Folge Sky Factory. Moment, ist dabei noch. Warte mal, wir machen uns noch schnell diese Lampen. Das war Closedone hier. Glas. Glas. Da. Da nicht. Und ein bisschen davon. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Jawohl. Ja, so viele brauchen wir ja gar nicht. Sehr schön. Dann können wir hier nämlich die Fackeln auch wieder weg machen. Gut. Das war es von der Folge Bauprojekt. Sozusagen. Und nächste Folge kümmern wir uns auf jeden Fall um den Jetpack. Und was so dazugehört. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like, einen Kommentar oder ein Abo da. Ich freue mich über alles. Können wir hier gucken. Oh, okay. Können wir hier mal ausmachen. So, und bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft. Und man kommt jetzt auch, wie ihr da sagt, es ist ja gerne auf dich bereit sein ahora. Okay.